Musik Mein Name ist Dieter Glogowski, ich bin Initiator des Weizsicht Festivals in Darmstadt, im großen Kongresszentrum. Wir präsentieren neun außergewöhnliche Multivisions-Shows und ich lade Sie dazu recht herzlich ein. Musik Zehnte Fotomesse, Fotogener Multimediale in Darmstadt, hier im Kongresszentrum Darmstadion. Musik Musik Ich möchte dich herzlich begrüßen zur 10. Darmstadt der Weizsicht. Hallo. Das Thema in der Frankfurter Weizsicht, der 22. Für uns gibt es ein Credo bei der Weizsicht. Von der Vision her, Kultur muss hier in Deutschland für jeden Menschen zugänglich sein. Und deswegen war das eine Situation, die wir kreiert haben, letztes Jahr, die sich bewährt haben und wir weiter fortführen. Und dazu möchte ich Sie recht herzlich einladen. Musik Über 50 Aussteller zeigen ihre neuesten Trends und Neuigkeiten aus dem Bereich Foto, Film und Video. Musik 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 Über 27 Fotokurse und Fotoseminare werden an dem Wochenende angeboten, die wunderbar kombiniert werden können. Viel Spaß! Musik Das heißt, wenn ich hier einfach runter fliege, dann ist das Verhältnis von vorne nach vorne immer gleich. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.